Hallihallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir wollten ja heute Kajas Auftrag machen, damit wir das Lied von dem Drachen und der Freiheit beenden können. Ich habe natürlich nebenbei wieder ein bisschen gesammelt und versucht Kasuar zu bekommen. Ich hatte aber nur drei Puls zusammenkriegen können, denn ja, ich mache ja keine Aufgaben, sondern suche einfach nur Schätze. Und ja, da bekommt man einfach leider nicht so viel. Ich habe ihn nicht bekommen. Inzwischen gibt es einen neuen Banner und auch ein Event, welches wir aber leider noch nicht spielen können. Das ist wirklich sehr schade. Und zwar Sommer, Paradies, Mirage. Schade. Geht leider nicht. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich bin halt ein bisschen langsam. Wir kommen halt sehr langsam voran, da ich halt so viel arbeiten muss. Aber gut. Ich habe... Was haben wir denn hier noch? Ach, guckt mal. Wir können hier ein bisschen was einsammeln. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht, damit ihr das sehen könnt. Hier ist jetzt nur benutzende Hydrofigur, Elektrofigur und so weiter und so fort. So. Okay. Dann haben wir... Was haben wir noch? Errungenschaften. Was habe ich denn hier freigeschaltet? Cecilia Garten. Begleite die Seele zurück und öffne den Zugang zur Sphäre in Wolfenlauf. Ja, das war hier oben eine. Wartet, ich zeige es euch. Ich habe ein paar Sphären freigeschaltet. Zum Beispiel hier die hier, Cecilia Garten, wo wir dann Metz bekommen für unsere Waffen. So. Dann haben wir... Was haben wir noch, meine Lieben? Sausen der tausend Winde. Aktiviere alle Teleportationspunkte im Gebiet von Mondstadt außer dem Drachengrat. Ja, da waren wir immer noch nicht. Gott sei Dank. Auf Schatz suche den Wind hinterher. Öffne 200 Thronen im Gebiet von Mondstadt außer dem Drachengrat. Yes. So. Dann haben wir... Nimm das! Einmalig friere einen Gegner länger als 10 Sekunden lang ein. So. Und das war es leider schon. Ich habe 600 Urgesteine bekommen, weil heute das Update kam. Und dann kriegst du ja immer... Ach, das kennt ihr auch noch nicht. Könnt ihr euch mal anschauen. Und dann ist es, dass sie die Königin aus dem Drachengrat. Ja, das ist immer die Geschichte, wenn unser Erlebnispass quasi wieder neu gestartet wird. Das passiert alle 30, glaube ich, nee, 40 Tage. Das habe ich jetzt auch freigespielt. Dementsprechend habt ihr das, glaube ich, das letzte Mal gar nicht gesehen, denn ich habe das Offscreen freigespielt. Und ja, jetzt kann man hier, ja, Bonus-Sachen bekommen. Hier, die Stufen, sind die Stufen. Hier unten, die bekommt man nur, wenn man hier, ja, das ist dann eben wieder die Zahlmethode, mache ich immer im Hauptaccount. Hier würde ich es jetzt nicht machen, obwohl das hier ja total süß ist, ne? Aber nee, 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 nee. Das lassen wir, das wird mir einfach zu teuer, wenn ich jetzt hier 50.000 Accounts, ja, weil ich auch 50.000 Accounts habe, bezahle. So, was könnten wir noch? Ach, guck mal, das haben wir auch noch. Erhöhung der Weltstufe. Ach so, ja, die Erhöhung der Weltstufe. Manchmal musst du oft zum Aufstieg der Abenteuerstufe ausführen. Bevor die Weltstufe erhöht werden kann, Details dazu findest du bei der Abenteuergilde. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon machen muss. Nee, ich glaube noch nicht. Und, ja, wir gucken uns noch mal den Banner an. Ich weiß, Jula und Klee sind drin, aber ich habe mir noch nicht angeguckt, wer noch dabei ist. Das hier habe ich schon gemacht. Ich bin gleich hier hingegangen und habe, ja, diese Waffe hier angeklickt. Werden wir nie benutzen, aber gut. So, wem haben wir denn? Oh, Mika. Mika habe ich tatsächlich auch im Hauptaccount noch nicht. Der wollte nicht zu mir nach Hause kommen. Toma, mega geil. Und Razor, absolut mega. Jula, ebenfalls geil. Habe ich aber auch nicht im Hauptaccount. Klee, oh mein Gott, Klee ist so eine super süße Maus. Meine Güte, die habe ich mir geholt, weil ich sie einfach absolut niedlich finde. Guckt euch mal den Trailer von ihr an. Ich finde, sie hat den besten Trailer überhaupt. Ja, wollen wir mal reinziehen? Jula ist eigentlich gar nicht schlecht. Und sie könnte ich auch hochziehen, weil das ein Mondstadtcharakter ist. Komm, wir machen einfach mal. Okay, wir haben ja ein bisschen was. Ich bin noch ganz weit unten. Ich denke nicht, dass wir Glück haben werden. Aber, naja, man weiß ja nie, ne? So. Mhm. Bin ich schon kein... Schon kein Glück mit Kasua hatte. Ja, okay. Zweimal können wir noch. Zwei gehen noch rein. Na komm, wenigstens einmal lila. Und dann bitte... Och, ich wüsste gar nicht, wer mich haben möchte. Ich will alle haben. Oh, 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 oh. Wem gibt es? Wem gibt es? Ich habe alle drei noch nicht. Chong-Yong, du bist gar nicht da drin. Aber ja, ich nehme dich auch. Hatte ich den schon? Oh. Wartet. Habe ich ihn schon gehabt? Nee, nein. Ich habe ihn zum ersten Mal bekommen, ne? Ja. Wow. Das ging ja mal ganz gewaltig nach hinten los. Aber Chong-Yong auch mega gut. Dann werde ich das Team wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen umstellen später. Wie ihr sehen könnt, habe ich generell etwas umgestellt. Ähm, ja. Okay. Lange Rede, gar kein Sinn. Ich würde sagen, wir fangen mit Kaeyas Geschichte an. Die gehen ja meistens immer so circa eine Stunde. Das heißt, ich werde das in zwei Teile aufteilen, denke ich mal. Denn, ja, ich habe gemerkt, ich glaube, eine halbe Stunde gefällt euch wesentlich besser wie eine ganze Stunde. Ich habe natürlich jetzt noch nicht so viel Resonanz bekommen, wie ihr es gerne haben möchtet. Aber, ja, äh, ich sehe es an den Aufrufzeilen, dass, wenn die, wenn es eine halbe Stunde ist, dass es doch etwas höher ist. Kann ich aber auch verstehen. Man muss eben die Zeit haben, ne? Ich meine, ich habe ja selbst nicht unbedingt die Zeit. Ach so, und falls ich mich komisch anhören sollte, ich bin etwas erkältet. Ja, ja, ja. Jetzt geht bald mein Urlaub los und natürlich bin ich krank. Das passiert mir jedes Mal. Aber das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Deshalb, wenn ich mich ein bisschen Respy anhöre und ein bisschen mehr männlich, oh, ho, dann liegt es nicht daran, dass ich jetzt wieder Anjo spiele, sondern an meiner Erkältung. So, Kaya. Hello, my boy. Was ist denn los, Kaya? Ach so, sorry, warst du noch nicht fertig. Sorry, boy. Was ist denn los, Kaya? Ihr lasst euch normalerweise nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Ha! Ich bin ein Gott. Oho, zumindestens tue ich so, als wäre ich einer. Na klar, hau raus. Was willst du? Äh, ist es jetzt nicht so, dass ich keine Zeit hätte? Dann erzählt mir doch bitte, was passiert ist. Okay, alles klar. Was ist denn hin? Okay. Was ist denn das? Raid? Raid! Du, 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 du. Hoia! Okay, wir müssen da hinten hin. Dann gehen wir doch mal. Ach so, wartet, wartet. Nein, wir müssen da hin. Meine Güte! Ah ne, du musst nach links. Erstmal nach rechts. Okay, was machen wir hier hinten, Kaya? Warum willst du mich hier hinten sehen? Hm? Hm? This place will do. Okay. Tell us what it's about already. How should I begin? Oh, right. Let me tell you a secret first. Alles klar. It's a secret of my past. And I confide in you to keep it. Okay. Don't worry. Paimon's lips are sealed. Ich auch. Ich teile es nur mit meiner Community. Ist das, ist das okay? As a matter of fact, my grandfather was a pirate. Oh, verdammt. Ist da noch ein Kopfgeld oder sowas? Aktiv? Nur mal so. Aha. Ach, Augenklappen werden jetzt also schon vererbt. Frappierend. Yesterday, I was glancing through the notes my grandfather left and stumbled upon records that spoke of a treasure. Okay. Treasure? According to his notes, the treasure is buried in the lost Arcadian ruins. Treasure. But the location of the ruins is currently unknown. I've tried searching for clues. Okay. Treasure! Bye, Moni. Kyle, what kind of treasure is it? Yeah, what is it denn, Kyle? Kyle, yeah. Treasure that consists of nothing but gold and gems are third-rate treasures. My grandfather's treasure is a sword. Woo! A magic sword that grants the wielder unrivaled power. Aha. Oh, wow! Yeah! Wow! Oh, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Aber es ist ja nun auch schon über zwei Jahre her. The moment he gripped the sword, thunder roared, billows howled and the clear skies were suddenly swallowed by raging winds. With the might of the magic sword, my grandfather went on to defeat a hydra, a silver-haired banshee, a wicked abyss-dragon. Mhm. But the immense power of the sword enticed many more greedy pirates. Mhm. To avoid meaningless conflicts, my grandfather hid the magic sword. Gibt es wirklich achtköpfige Seeschlangen und silberhaarige Hexen? Punkt, Punkt, Punkt. Na komm, wir machen mal das. The world we live in is fascinating. Holy moly! Holy moly! So crazy! Mhm. Ja, natürlich holen wir es uns. Hallo? Aber Hallöchen! Wir wollen es auch nicht behalten. Äh, hä? Great. Please keep it a secret. Okay. I'll wait for your good news. Alles klar. Hey, so what do you think? Isn't it exciting? We're talking about a super, super powerful sword. Glaubst du das wirklich? Denkst du, dass die Geschichte wirklich wahr sind? Well, let's go to the Adventurers Guild and see if we can find out more. The Adventurers should know more about the ruins, right? Okay, dann lass uns mal nachfragen gehen. Cyrus befindet sich gerade in der Handlung. Oh, nein! Wartet! Das ist natürlich immer das Problem, wenn man nebenbei... Äh, ja. Eigentlich wollte ich immer die Aufnahmen strikt getrennt halten. Also Hauptquest, Nebenquest. Das Problem ist, jetzt müssen wir das tatsächlich wieder machen. Das sieht von dem Drachen und der Freiheit. Damit wir Kaea weitermachen können. Das ist ja ein Kuddelmuddel hier. Das ist ja blöd. Okay, Leute. Wir können nichts gegen machen. Ich muss das hier auch jetzt machen. Okay. Den nenne ich die Folge Chaos-Folge oder sowas. Hahaha. Das wird uns tatsächlich noch öfter passieren. Gerade, wenn wir noch so viele Aufträge haben. dass die sich überschneiden werden. Das ist ein bisschen blöd, aber gut. Es ist, wie es ist, ne? Dann gehen wir jetzt diese Aufgabe beenden. Hi! Gib mir Fudi! Ich mache Stipp Puppes! Oh, wie konnte mir das nur passieren? Oh, ihr seid ist mein bester Freund Kaea. Ah, so you do feel something for me. And people say my charm is fake. Hahaha. Ach ja, Kumpel. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. Mhm. Oh, sorry. Sweet-walking, sugar-coated Captain Kaea. Ja, ja, ja. Haha, nonsense. I speak from the heart. Was macht ihr hier überhaupt? Was habt ihr denn jetzt vor? Hm? Mhm. Nothing. On the contrary, I'm trying to work out what others are plotting. That's why I'm here. Somewhere quiet. Where I can collect my thoughts. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt and the acting Grandmaster leaves the city to combat the threat. Mhm. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few Hilly-churls? Wenn wirklich nur Hilly-churls angreifen, ist das wirklich komisch. Was geht denn nur wirklich vor sich? To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited and watched for their next move. Mhm. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the Hilly-churls cries sounded from the city gates. Mhm. That same day I saw shadowy figures lurking in the city itself. Oh, eine merkwürdige Gestalt. Inside the city! Wah! Ah! Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Mhm. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of... Let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. Mhm. The Abyss Order has a leader? Ja, wer könnte denn das sein? Hm? Hm? Da müssen wir jemanden interviewen. Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn into a weapon of war. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. Mhm. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her the princess. Ihr wisst es ja eigentlich schon, denn das haben wir im letzten Video gesehen. Im letzten oder im vorletzten? Ist schon etwas länger her, das ich aufgenommen habe. Also in einem der Videos haben wir ja schon gesehen, wer die Hoheit ist. Amber! Amber! Oh, oh, oh. Geh, dann lauf mal schnell weg. Ja! Hau rein! Lauf, Kumpel! Wow! Naja, du gehst aber gemütlich weg. Ich wäre weggelaufen. Es ist ja nicht so, dass er nichts gemacht hätte, aber wirklich. Und sowas schimpft sich Ritter. Komm, wir machen das. Aha. Mhm. Oh ja. Ich hätte auch Bock. Ich habe bis jetzt nur einen Protein-Kaffee getrunken. Denn ich versuche gerade mal wieder ein bisschen abzuspecken, ich kleines Dickerchen. Okay, wir setzen uns hin. Ah, ein Bier, bitte. jetzt ist die Sturm-Terror-Frage hinter uns. Was sind deine Pläne für den nächsten Schritt? Hi, Mama. Ich denke, es ist Zeit, zu den Monstern und zu den sieben nachdenken, bis wir finden, über seine Säge. Hm. Hm. Huh, really? Oh, well, I guess this is goodbye for now. Ich fahre das in Mondstadt auch nur ungern. Ich lasse den Ritteraden auch nur ungern zurück. Möge der Wind uns führen, ich werde bestimmt zurückkommen. Yummy, yummy, yummy. Sie hatten viel Spaß beim Essen. Oh, lecker, lecker, lecker. Ich will auch irgendwas Schönes. Ich habe noch Bananenbrot im Eisschrank. Okay. Ja. Oh, ja, die heilige Leier. Hm, ja, hm, was, was ist denn mit der passiert? Ist die plötzlich weg? Oh, oh. Okay, Leute, also beenden wir jetzt einfach die Hauptquest und machen das nächste Mal Kaeya und danach geht es nach Lio oder wollt ihr, wollen wir die Hauptquest beenden, dann nach Lio und die Nebenquest machen wir dann nebenbei? Könnt ihr, könnt ihr mir ja mal sagen. Das ist, wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig hier in Genshin die richtige oder die beste Reihenfolge rauszufiltern, ne? Also würde ich jetzt sagen, machen wir doch die Hauptquest. Ist jetzt blöd, dass wir die Nebenquest ein bisschen angefangen haben. Ich mag das immer lieber wirklich getrennt, aber ja, vielleicht bin auch ich nur so doof und will solche Sachen getrennt haben. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich mit CK, dabei bin ich kein Berliner. Denn wenn wir nach Lio gehen würden, wartet, es geht gleich weiter, nach Lio hier unten irgendwo, irgendwo ist es, dann könnte ich ja das nächste Gebiet verschalten. Das wiederum würde bedeuten, ich könnte wieder Schätze und so sammeln, was wiederum heißt, ich könnte mir Puls zusammenkratzen. Achso, da fällt mir gerade was ein. Sorry, Leute, ich weiß, ich bringe hier alles durcheinander, ne? Wir können hier, so, dann können wir nämlich noch mal ziehen, gleich. Aber jetzt gehe ich wirklich, sonst haut ihr mich. Bitte, bitte haut mich nicht. So, wir gehen jetzt rein. Mann, das ist ja wirklich eine Chaos-Folge hier. Hallo! Oh, Venti! Venti ist auch da. Und Babsi und Genie Beanie. Hallo! Ähm, ja, was mache ich hier? This is Barbara, the Deaconess of the Church. She is here to retreat the Holy Liar to Homel. Yo, danke, äh, der steht neben mir. Ha! keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing and on the contrary simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Liar with you? Mmh, ja? Wir sollten ganz schnell abdampfen, Leute. Hupsi, sorry. Tschüss! Tschüss! Lauf! Renn, Kumpel, renn! Ich komme hinterher! Ja! Ja! Ich komme hinterher! Ich komme hinterher! Ich komme hinterher! Monstad nennt das ein Gott? Resident Rodent schlägt... Invasive Vermin! Ich versuche nicht zu mir zu sprechen. Insolent Bart. Absentee Archon von Monstad. Wie impotent du bist! Das Smirkyware sieht aus dem Platz. Hast du es von deinem Mögen? Du solltest du deinem Mögen haben. So, this is a Gnosis, huh? Wouldn't it be caught dead wearing this ugly thing in public? Beauty is a waste, when the Beholder has no taste. Fenty! Fenty! Fenty. Wirklich lange Zeit später. Ja, aber wirklich nur lange Zeit, ne? Da liegen die einfach schon fünf Tage. Hi, Babsi. Oh, bist du ein Engel? Venti, wie geht es ihm? Auf welchem Planeten sind wir? Das nehmen wir. Mann, Paimon. Lass mir doch mal meinen Spaß. Dankeschön. Ähm, äh, ja, bitte. Ja, spritz mich ruhig nass, Babsi. Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ähm. Oh, sie hat seine Stimme sehr gut nachgemacht, finde ich. Ich glaube, ich... Ups. Ich glaube, ich weiß, was dahinter steckt. Ich glaube, Gene weiß, was dahinter steckt. Okay, wir wissen es natürlich auch. Ja, dir ist aber schon klar, dass sie direkt vor uns steht, oder? Nur mal so nebenbei. Jo. Und damit beginnt jetzt der eigentliche Plot. Wie ihr gesehen habt, wurde Venti das göttliche Herz geklaut. Und, ja, das ist... Darum geht es teilweise auch. Also, es gibt ja so viele verschiedene Stränge. Aber weswegen, weiß man tatsächlich bis heute nicht. Spiel gibt es schon 15 Jahre, aber was es damit auf sich hat, weiß man noch nicht. Warum man ihm das jetzt geklaut hat. Venti! Oh, guckt mal, er heilt sich. Aber was ist das göttliche Herz nun? Hallo, ich stand dabei. Boy. Ich bin ja voll special. Hm? Selestia ist die fliegende Stadt, die ich euch in ein paar Videos davor schon mal gezeigt habe. Was ist das denn an deiner Hüfte? Punkt, 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 Punkt. Aufs Neue fühle ich mich betrogen, aber man gewöhnt sich dran. Hm. Hm? Sie und die restlichen Hüfte haben sich gefordert die Gäste der Gäste von Snechnaya gefordert, von der Zerritz von Snechnaya. Und mit dem, die Kraft übernommen die andere Menschen. Die Zerritz von Snechnaya? Das ist das... Wie ist die Zarin des Eises denn so als Göttin? Wir machen uns auf den Weg, Kumpel. Ja, er ist aber nun mal der Archon der Freiheit. Also es passt ja schon. Hm? Meinst du mich? Tut mir leid, dass ich die Anemokraft der Statue der Sieben unwissentlich angezapft habe. Ja, klar, Venti. Hm? Ich springe nicht in eine Zugsklinik, ehrlich. Venti. Verstanden. Ja, das ist das für die Anemo Archons Admonishments. Ja, das ist das für die Anemo Archons Admonishments. Alles klar, Venti. Okay, machen wir das noch, Leute? Wie viel haben wir? 33 Minuten. Erzähl mir von Dvalin. Hm? Hm? Also jetzt gibt es nur noch ein paar kleine Infos. Wenn ihr die hören wollt, könnt ihr natürlich gerne dranbleiben. Ansonsten werde ich danach die Aufnahme beenden. Äh, manchen interessiert ja diese Info nicht unbedingt. Ähm, ja, also wenn ihr das jetzt nicht mehr hören wollt, es passiert danach nichts mehr, meine Lieben. Erzähl mir etwas über den Ohr des Abgrunds. Das scheint also nicht schon immer so gewesen zu sein. Das scheint also erst kürzlich so gekommen zu sein. Naja, weil jetzt beides das gleiche, ne? Hm. Okay, erzähl mir von La Signora. Ja. Aber die Fatui-Lady hat nicht gegenseitig, hat sie? Sie hat nur die Gnosis genommen und verliefst? Sie wollte es nicht mehr so aussehen, von den Knights von Favonius. Die größte Bedeutung hier wäre, würde sie verletzten die Fatui-Diplomaten mit den Knights. Also, sie werden sie einfach so aussehen, wie die Mondstadt-Alleine, als ob nichts passiert? Wenn nur die Sieben Nationen zusammengehalten sich gegen die Abyss-Order in der ersten Zeit. Die Fatuhi haben den stärksten Militär in der Sieben Nationen, aber sie haben es benutzt, um den Heiligen Geist zu holen, um die Macht des Gäste zu geben, und um Dvalin zu verabschiedern gegen die Knights. Speaking of den Geist, nicht Diluc gesagt so? He said that the Fatuhi can only run amok across the Seven Nations and threaten the Knights because of the Harbingers. Yes, as I said earlier, the Cryo-Orchon has given them authority and strength beyond that of other mortals. The Tsaritsa, I haven't seen her in 500 years. What is she thinking? What's her plan? Da bin ich auch so gespannt, was dahinter steckt. Ja, Leute, das weiß man alles wirklich noch nicht. Okay, was haben wir noch? Erzähl mir etwas über die Gottheiten. Wie ich gesagt habe, Vision-Wielders sind als Allogenes und können nach Celestia bewegen. Ein Gnosis ist ein höherer Ordner-Nexus von Elemental-Manipulation und ist emblematisch von einem Archon-Status als einer der Sieben. Aber wie für welche der Sieben deine Freundin hat? Ich bin sorry, ich weiß nicht. Warte, als einer der Sieben bin ich noch nicht klar über Suspension, oder? Haha, Wendy, ey, da hättest du gar keinen Bock drauf. Du hast nicht das geringste bisschen Ähnlichkeit. Jetzt kennen wir ihn schon so lange. Es gibt keinen Grund, an ihm zu zweifeln. Nein, danke. Okay, vielleicht. Nee, nicht wirklich. Okay, das war's. Genau, ihr könnt mir ja mal sagen, ob wir schon Richtung Lio gehen wollen. Sphäre des Segens verfügbar. Nimm die Herausforderung in der Sphäre an. Schlachtfeld von Würfeln, Katzen und Karten. Ab Abenteuerstufe 23... Ah, okay. Alles klar. Auftrag abgeschlossen. Ab Abenteuerstufe 23 beginnt der nächste Akt. So. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir ja mal sagen, ob wir schon Richtung Lio gehen wollen. Ob wir, äh... Oh, jetzt habe ich das nicht vorgelesen. Sorry. Das sieht von dem Drachen und der Freiheit ab. Ähm... Oder ob wir jetzt die Nebenquests machen wollen. Das könnt ihr mir ja gerne mal sagen. Während ich hier labere, hauen wir den einen noch rein. In der Hoffnung, es wird gelb, 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 gelb. Nein, natürlich nicht. Gut. Ähm... Ja. Lasst mir gerne... Äh... Gebt mir gerne Bescheid, äh... Wie wir das machen wollen. Lio oder Nebenaufgaben. Und... Ja. Ich versuche Offscreen wieder auf 23 zu kommen, damit wir das freigeschaltet haben für die nächste Aufnahme. Und... Ja. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also dann, ihr Lieben. Bye, bye. 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 Bye.